Wir könnten ab dem 1.8. dort einziehen. Okay. Was sagst du? Ganz schön schnell, oder? Was meinst du, Moment? Ich glaube, ich kann jetzt erstmal nicht nach München ziehen. Ich habe gerade eine Flasche aufgemacht. Ihr wollt doch sicher zum Chinesen und nicht zu Italien. Lass uns zum Chinesen gehen. Prost. Und bevor wir essen gehen, wollten wir euch noch was sagen. Na, also, möchtest du? Sag du es ihm. Also, Jürgen und ich, wir... werden uns trennen. Wir haben es lange besprochen und das ist besser, wenn es bald ist. So wundschärf, oder? Wir sind uns einig. Was brauchen wir für den Sinn? Untertitelung des ZDF, 2020